ja 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 super geil wie soll man gegen so flammenkotzer denn ankommen alter heyo liebe leute heute ich weiß gar nicht der wievielte part das ist kommt der lass mich nicht lügen siebte part von let's play the song letztes mal sind wir in galvanis büro eingebrochen und müssen wir genau ich muss das gefälschte elixier mit der irgendwas vergiften und wieso sind hier jetzt auf einmal die ganzen gegner die habe ich doch alle getötet mal gut ja ja denn du dein öl ist auch schnell alle so äh toll wie soll ich denn da unten hinkommen kann ich das damit kaputt machen ja tatsächlich sie haben was gut ich will nichts über die maske wissen würde auch nicht wollen dass man mich bei einer aktion wie eben das ist mein geschäft jedenfalls war es das einmal jetzt muss ich die dinge von hier und da zusammenkratzen während die stadt zugrunde geht wenn sie etwas brauchen verkaufe ich ihnen gerne etwas vielleicht ist die seuche eines tages verschwunden und alles wird wie früher aber bis dahin heißt das ja sicher finde ich gut dankeschön ich will aber habe ich habe ich jetzt doch die beteilung ist heute sitzen nein ich muss jetzt wieder dann nur das ist die stelle ich bin da irgendwas vergiften so da sind ja die nudeln ich denke mal es wäre schlauer mehr oben lang ich bin da hinten muss ich hin der weg ist aber ganz gut ich bin sogar einfach mal undercover hier reingekommen mal gucken sind hier noch andere gegner oh ja ja da ist er noch nein ach so er kommt nicht hoch gut wie komme ich an dem vorbei komme ich irgendwo hoch da komme ich nicht durch ich komme auch mit dem ding nicht durch muss ich glaube ich warten bis der weg geht oder ja genau gut ach das war eine falle scheiße ja genau trete mich ja genau ja 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 super geil wie soll man gegen so flammkotzer denn ankommen oder momentisch ja letzter speicherpunkt wie soll man gegen so übermenschliche wichskinder denn ankommen das ist ja voll assi ich voll idiot ja deine mutter wird wehtun das noch einer oder ja komm dich hol mir auch noch so die geht die fressen nicht die fiecher auf ich glaube ich sollte hier schnell weg ich weiß auch nicht wie ich da jetzt unbedingt da anders vorbeigekommen wäre da ist eine ruhe hinter der tür was also ich hoffe zumindest da unten ist eine da oben ist eine ruhe wie soll ich denn da oben hinkommen so dich ja stecken naja erwürgen wir ihn erstmal so ist hier unten keiner mehr ich muss aber trotzdem nochmal da oben hin weil ich unbedingt diese Rune haben wir auch jetzt essen da ist nochmal essen da ist okay blablabla will ich gar nicht lesen ich bin echt unmotiviert irgendwas zu lesen so wie komm ich jetzt von nach oben zu dieser Rune so kann ich irgendwie auch die Fässer besser ich glaube das geht nicht ich glaube das geht nicht ne das funktioniert nicht no one will keep us from the wie soll ich denn wieder hochkommen wenn ich das irgendwie runterlassen wenn ich das wieder abschieße oder so schade hätte klappen können dafür brauche ich einen Schlüssel kann ich nicht ausmachen ach so eigentlich kommt man von hier was ist denn hier hinter ach hier ist ein Eingang woher kriege ich jetzt den Schlüssel muss der ja hier logischerweise irgendwo sein oder schlüssel 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 hier komme ich nicht durch hier ist nichts hier ist nichts bla 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 ich komme morgen vorbei woher ich bin das ist wie hier drin hier ist auch nichts oder Eine Springmine haftet in den Oberflächen, okay. Oh, da ist was drin. Da. 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 Ich will aber keine Springmine haben. Ich will am Ende sein, da hoch. Okay. Was soll denn hier oben sein? Oh. Oh, hier dran. Gut. Ich bin nicht so der Hellste, was das angeht. Weiß ich auch. Dankeschön. So, wie kommen wir jetzt da hinten hin? Hä? Bin ich völlig bescheuert, oder? Ich bin echt bescheuert. Oh, ich Idiot. Und jetzt muss ich selbstbewusstes Elixier vergiften, ja. So. Befestigt eine leere Elixierflasche. So. Jetzt kann man öffnen. Achso, der Destillierapparat ist vergeflebt. Hä, aber... Habe ich eine Notiz noch? Notizen. Hallo. Nimm das gefüllte Flasche wiederholen, bis der Tank leer ist. Ähm. Ja. Jetzt muss ich die da reinpacken. Okay. Oder... Leere Elixierflasche. Leere Elixierflasche. Da rein. Leere Elixierflasche. Bin ich völlig bescheuert, oder? Notizen. Notizen. Anleitung für die Nutzung. Notizenanleitung. Befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. So. Leere Elixierflasche an der Düse. So. Jetzt... Huch. Weitere Knopf. Jetzt... So. Soll ich... Öffnen das Ventil. Nimm die gefüllte Flasche. Wiederhole es, bis es leer ist. Keine Flaschen zerbrechen. Keine Elixierflaschen. Keine Elixierflaschen. Keine Kostrom. Ja. Jetzt drauf drücken. Der FTD-Apparat vergift. Jetzt nehme ich mir die. Und sie ist immer noch leer. So. 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 Du 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 Nein, verbiss dich alle? Nein, lauf, 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 das mit meinem Cover war wohl nix mehr. So, und ja, jetzt soll man das gehen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht mit durch die Wand. Nicht, dass sie hier gleich auch noch erscheinen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ha, hier kriegst du mich nicht. Musst ich zu der Lumpen greifen? So, ich hoffe das Ding ist nachher aus jetzt habe ich kein Problem. So, so. Tagtadada. Dreckige Lumpengreifen, ich habe deinen Befehl ausgeführt. Warum ist die Tür offen? Wir wollen jetzt mal die Tür zumachen. ich wusste dass du mich nicht enttäuschen würde es ist immer so dunkel bei der alten kräfte erwerben haste zwei holen ich glaube ich will ich will diesen tödlichen schwarm dafür warte ich noch so was dein geschenk der lumpen greifen erhalten so ich würde mal sagen dass wir diese folge hier mal beenden gleich kommt noch die endkarte ich danke schon mal fürs zuschauen bis zum nächsten mal so meine kartoffelfreunde das war es mal wieder mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst mir doch ein like da ihr könnt auch abonnieren wir sind noch besser und auf der seite findet ihr mein letztes video könnt ihr euch auch mal anschauen ich glaube das war freizeit freddys und ich wünsche euch alles coole